Heute versucht der maskierte Maskenmann mit der Maske erneut dem Tod zu entrinnen. Hier sehen Sie einen Kasten. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und warum Sie nichts sehen, sehen Sie später. Zurück zum Kasten. An diesem wird unterdessen die Kamera drum rumfahren und zeigt uns alle Ansichten. Ein ganz gewöhnlicher Barbecue-Grill. Doch wo ist denn der Grillmeister persönlich? Wir wollen ja schließlich was zum Essen haben. Da kommt er auch schon. Der maskierte Maskenmann mit der Maske, in Begleitung seiner kleinbusigen Assistentinnen. Seine kleinbusigen Assistentinnen tänzeln mit Flambus um den maskierten Maskenmann mit der Maske herum. Und jetzt demonstrieren Sie noch einmal den Kasten. Der maskierte Maskenmann mit der Maske zündet den Grill an. Oh, schöne Flammen. Doch der maskierte Maskenmann mit der Maske sieht wenig beeindruckt aus und gibt den Flambo ab. Jetzt hören weitere Assistentinnen den Kasten vor. Nun werden dem maskierten Maskenmann mit der Maske Schetten angelegt. Das kennt er schon von seinen Liebesnichten. Er steigt hinauf zu dem Grill und steigt hinein, um zu demonstrieren, dass man dort auch sehr schweres Fleisch postieren kann. Nun demonstriert er, wie das Fleisch dort drin liegt. Und ein schwerer Deckel wird auf ihn draufgelegt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. A. Er wird gegrillt. Oder B. Er schafft es zu entkommen. Da kommt auch schon eine weitere kleinbusige Assistentin vom maskierten Maskenmann mit der Maske. Die Helferin vom maskierten Maskenmann mit der Maske tänzeln mystisch um den Grill und zünden ihn an. Jetzt wird es aber ziemlich heiß da drin für den maskierten Maskenmann mit der Maske. Der Kasten wird geöffnet und... Oh, das Fleisch ist doch etwas durch. Der maskierte Maskenmann mit der Maske wurde zu stark gegrillt. Tja, das kann auch die Barbecue-Soße nicht mehr wettmachen. Doch nun erfahren wir, was wirklich passiert ist. Denn wie üblich bei Zaubertricks ist die einfachste Lösung die einfach logische. Tja, hier haben wir noch einmal die Wiederholung. Der Barbecue-Grill ist echt. Hier sehen wir die schönen Flammen, die das Fleisch normalerweise gut durchbraten. Und der maskierte Maskenmann mit der Maske hat sich dort hineingelegt. Jetzt sehen wir auch die Rückseite noch einmal. Und dort ein paar zufällig stehende Kisten. Was für ein Zufall. Dort sind Helfer vom maskierten Maskenmann mit der Maske. Diese helfen dem maskierten Maskenmann mit der Maske, nachdem der maskierte Maskenmann mit der Maske in seinen Barbecue-Grill eingestiegen ist. Auf der Rückseite befindet sich nämlich ein Geheimfach. Wenn dieses aufgeklappt wird, kann dort eine Leiter durchgeschoben werden, die direkt zum maskierten Maskenmann mit der Maske führt. Hier vorne tänzen wieder seine kleinbusigen Assistentinnen. Während in der Zwischenzeit seine männlichen starken Assistenten dem maskierten Maskenmann mit der Maske eine Leiter mit Rollbrett zuschieben. So, dass dieser zur Rückseite entfliehen kann. Doch nun fragen wir uns natürlich, was eben verbrannt ist, wenn nicht der Magier. Und die Lösung ist einfach. Sein Zlingsbruder. Hier sehen wir, wie der Gashahn nochmal aufgedreht wurde. Nun ist genug Zeit, damit der Magier zur Rückseite entschwinden kann, während die kleinbusigen Assistentinnen mit den Fackeln herumwedeln. Der maskierte Maskenmann mit der Maske ist nun in Sicherheit, während die Barbecue-Grillanlage in Gang gesetzt wird. Nun haben wir das Skelett. Doch wie wurde das gemacht? Hier sehen wir es. Sein Zwillingsbruder wurde im Deckel befestigt. Wenn nun der Deckel zu ist, lässt sich der Zwillingsbruder fallen und wird gegrillt. Und für die, die sich jetzt fragen sollten, woher der maskierte Maskenmann mit der Maske so viele Zwillingsbrüder hat, lässt sie alle klonen. Und zwar in der Antarktis. Da es dort eh kein wirkliches Gesetz gibt und keine Polizisten, kümmern es auch keinen. Auf jeden Fall ist der Trick vollendet und der Magier steht als Held da. Sein Zwillingsbruder hingegen ist schön knusprig. Mhhm, Barbecue. Mhhm. Mhm.